Moin Leute, wir haben hier nicht nur einen neuen Hintergrund bekommen in Fortnite, der übrigens ziemlich nice aussieht, sondern es wurde eine neue Kooperation angekündigt. Ihr seht schon 16. August, riesiger Drache. Soweit ich weiß ist er aus Dragon Ball, das heißt es wird eine große Dragon Ball Kooperation geben. Ja, da kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Dragon Ball geschaut habt und tschau.